Bis zum 22. Juni ist ein schillerndes Zirkade verfügbar. Wie ihr es genau bekommen könnt, erkläre ich euch in diesem Video. Startet zunächst euer Spiel und wählt den Punkt Geheimgeschehen aus. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr anschließend im Untermenü auf den Punkt Geschenkempfang gehen. Wählt nun per Internetempfang aus und bestätigt alle Fragen mit Ja. Geht anschließend in ein beliebiges Pokémon Center und holt euch das legendäre Pokémon als Geschenk ab. Danach steht euch auch nichts mehr im Wege, dieses In-Game zu benutzen. Auch hier gibt es einige Unterschiede zwischen Sonne und Mond und Pokémon Ultra Sonne und Ultramond. In Pokémon Sonne und Mond trägt das Pokémon kein Item und ist Level 60. In Pokémon Ultra Sonne und Ultramond ist das Pokémon Level 100 und trägt einen Goldkronkorken. Auch der Movepool des Pokémon unterscheidet sich in den jeweiligen Editionen. So beherrscht es in Sonne und Mond beispielsweise die Attacke Giftblick. Hingegen in Pokémon Ultra Sonne und Ultramond seinen Signature Attacke 1000 Pfeile. Da Saigard sowohl in XY als in Pokémon Ultra Sonne und Ultramond shinylocked ist, ist dies die einzig legitime Möglichkeit, Saigard in der schillernden Form zu bekommen. Das Event findet noch bis zum 22. Juni 2018 statt. Falls ihr das legendäre Shiny Saigard noch nicht haben solltet, solltet ihr es euch auf jeden Fall sichern. Findet ihr es gut, dass das Event wieder als Download-Event verfügbar ist? Und wenn ja, warum? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, ich bin richtig gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, hier an der Stelle liken nicht vergessen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies nun mit des Abonnieren-Buttons gerne tun, um keine weiteren Videos rund um Pokémon zu verpassen. Doch ich verabschiede mich hier an der Stelle und sage bis denn, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Und dann, Servus und Ciao, meine Freunde.